Freie Bahn mit Marzipan. Das Leben ist wie eine große Autobahn. Lass uns nicht lange überlegen, wann da losfahren. Ja, das ist hier Cobra Elf-Style. Kommen jetzt! Das Leben ist wie eine große Autobahn. Und nicht, dass ich dann höre, der dumme LKW-Fahrer. Kann ich kotzen, ehrlich. So lang wir mal sehen, es wird immer weitergehen. Ja, willkommen auf der Autobahn A7. Als Romantiker der Autobahn möchte ich einfach mal dieses Stückchen Leben in Deutschland würdigen. Ja, und jetzt fahren wir gerade nach Göttingen, da treffe ich Kai. Kai ist Fernfahrer, mit dem werde ich wahrscheinlich ein bisschen langsamer unterwegs sein als jetzt. Aber ich freue mich gleich auf dem Bock zu sitzen. Am frühen Abend verlasse ich bei Göttingen die Autobahn. Bei Kai zu Hause werde ich freundlich begrüßt. Ja, gehen wir mal. Ja. Wie bist du denn? Das ist die Old Lady. Ja, das ist aber wirklich eine Old Lady. Und das ist Kai. Kai hat drei Hunde, ein Kind, ist verheiratet und LKW-Fahrer. Früher wochenlang unterwegs, heute täglich zu Hause, fährt Montag bis Freitag die gleiche Strecke. Seit 15 Jahren on the road. Ein Veteran der Autobahn. Viele Pkw-Fahrer denken immer, sie sind die Vollprofis. Ich meine, ich habe über zwei Millionen Kilometer jetzt schon gefahren. Wer ist dann der Mehrprofi? Und es gibt halt kaum Einblicke in den Beruf vernünftig. Deswegen begleite ich ihn. Kai arbeitet nachts. Schichtbeginn 22 Uhr. Ankunft im Industriegebiet. Dort steht sein LKW und wartet ein Empfangskomitee. Denn Kai ist nicht nur Trucker, sondern auch YouTuber. Allein im Führerhaus zeigt er seinen täglichen Wahnsinn. Jo, Rettungsgasse und so. Natürlich nicht. Kann man denn vor einem Rettungswagen rausziehen zum Überholen? Ey. Müsste es normalerweise sofort angezeigt werden, ehrlich. Wer ist Dagi Bee? Weniger als der Star-Kult um den YouTuber interessieren mich Einblicke ins LKW-Leben. So. Top gesichert, guck. Die Ladung ist gesichert. Der Fahrer eher nicht. Kaum ein LKW hat Airbags. Was? Ja. Was? Ich habe auch kein Airbag da drin. Was? Ne, das weiß keiner. Sicherheitsrespekt im LKW nur für euch. Eins von Kais erfolgreichsten Videos ist übrigens dieses hier. Shit! Shit! Ich bin mir voll hinten drauf gescheppert. Ich melde mich wieder. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und alles. Ich muss mit ins Krankenhaus. Airbags sind oft Sonderausstattung, an denen die Speditionen sparen wollen. Letzter Stopp vor der Autobahn. Noch mal ein bisschen tanken, ne? Äh, ja. Alter, das geht hier ja in halbem Abgrund runter. Immer rückwärts, immer rückwärts. Immer rückwärts. Alles klar. Boah. So. Blubber, 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 blubber. 900 Liter weg. Und sofort weiter. Heute muss alles schnell gehen und das siehst du dann auch auf der Autobahn. Also wir sind dann auch, wenn wir dann fahren, in so einem Flow mit den anderen LKW-Fahrern. Gut. Können wir los. Das vollautomatische, GPS-gesteuerte Getriebe läuft. Der Truck ist voll mit Elektronik, Abstandshalter, Notbremsassistent. Aber der Mensch am Steuer kennt auf seiner Hausstrecke jeden Stein. Da. Pass auf. Ah, ja. Alter. Das merkst du nur im LKW. Okay, wenn du eine Kaffeetasse in der Hand hast, dann hebt alles ab und der Kaffee bleibt oben. Also das ist, eine Frechheit ist das, das ist schon Ewigkeiten so. Aber auf deutschen Autobahnen gibt's nicht nur Bodenwellen und Spurrillen, sondern auch eigene Sprachcodes unter den Truckern. Ich fahre jetzt extra langsamer und werde ihn jetzt mit Lichthupe rüberlassen und er wird sich bedanken, mit links, rechts. Jo, dann hab ich, dann behe ich immer. Achtung. Siehst du, genau. Das sind halt die Geflogenheiten, die es immer noch gibt. 23.30 Uhr. Wir sind im Flow. Und bevor wir gleich ins Cockpit zurückkehren, wechsle ich den Tag und das Fahrzeug. Kommen Sie grad von der A7? Ja. Sind Sie die Freiwilligen, die sich bereit erklärt haben, dass wir Sie begleiten dürfen? Hallo. Hubertus Koch. Melanie Matzert, hallo. Das ist Steven Breden, Kamera. Hallo. Stefan, hallo. Hallo. Stefan, hallo. Das löst so gemischte Gefühle aus, da einzusteigen. Negative Gefühle, weil mir die Verkehrspolizei schon mal den Lappen weggenommen hat. Positive, weil ich das hier schon immer mal machen wollte. Oha, jetzt geht's los. Freie Bahn mit Marzipan. Ja, jetzt wird geballert. Äh, was passiert? Wir haben einen kleinen Verkehrsunfall ... Machst du mal kurz Burgdorf 1 leiser? Wir haben einen kleinen Verkehrsunfall kurz hinter der Rastanlage Leertar See Richtung Berlin. Manchmal heißt es nur zur Lücke und fahren, wo du kannst. Ja, so rechts überholen, geht auch. Ja, das ist hier Cobra Elf Style. Das ist noch nicht Cobra Elf Style, das ist jetzt ein bisschen ... Alter. Auf einen Millimeter, macht er gut hier. Fahren hast du aber auch schon mal woanders gelernt, als nur in der Fahrschule, ne? Nein. Aber wir haben nur einmal so ein Fahrtraining gehabt, in der Ausbildung und das war's. Aber ich sag mal, die tägliche Praxis, die übt. Boah, so was ist jetzt ... Das hätt ich nicht machen sollen, aber das macht nichts. Stefan ist regelmäßig in Spitzengeschwindigkeiten unterwegs. Teilweise liefert er sich Verfolgungsjagden mit Ram-Manövern. Und dafür gibt es kein Fahrtraining? Wie willst du das machen? Ja, aber das können wir tatsächlich nicht üben, weil ich glaube, der Dienstherr würde uns gar nicht die Fahrzeuge zu spüren stellen können. Na ja, ich weiß ja nicht. Angekommen am Unfallort. Wir fahren nächste Anschlussstelle runter. GVZ, Güterverteilungszentrum. Da fahren wir jetzt hin und nehmen den Unfall auf. Da fühle ich mich wesentlich wohler. Also es geht jetzt hier konkret um den Spiegel. Es geht konkret um den Spiegel, genau. Da ist ein Sachschaden von 100 Euro. Äh, das ist nicht gut. So, jetzt haben wir ein Problem, nämlich auf dem Streifen, wo wir den Lkw zur nächsten Abfahrt führen wollen, ist auch noch jemand liegen geblieben vor uns direkt. Warte, warte, das kannst du eigentlich nicht. Komm, da schiebe ich nochmal eben mit an. Du solltest hier gerade im Auto sitzen und das sehen. Ähm, wir fahren jetzt einmal mit den Beteiligten runter zum Autohof Lehrte. Zum anderen ist etwa 1000 Meter vor Lehrte noch ein Pkw liegen geblieben und jetzt sind insgesamt fünf Leute am Pkw schieben, dass wir den irgendwie von der Fahrbahn runter kriegen. Ich finde es ganz gut, dass ich hier im Auto sitze und fahre. Komm, komm jetzt! Ach, der ist im Arsch! Die Karre ist im Arsch! Oh! Ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt, als wir heute gestartet sind. Und jetzt den Schaden vom Spiegel aufnehmen. Komm, da ist ja wirklich skandalös. Da hat der einfach den Spiegel abgefahren. Kostet 100 Euro. Das Corpus Delicti. Abgefahren an einem Lkw. Schadensaufnahme mit Hindernissen. Was ist passiert? Äh, was denn? Ja, warum Unfall? Äh, ja hier vorne. Guck! Kannst du mal kurz halten? Ich glaube, hier geht es mal wieder nur mit... Malen. Malen nach Zahlen! Nein! Nein! So! Moin, moin! Du sagst? Ja! Das sagst du? Ja! Nein! Ich weiß nicht, so oder so. Welche Versicherung? Das ist geil. Er lacht einfach. Er versteht kein Wort und sagt sich, ey, sie ist mir reingefahren. Sie sagt, er ist ihr reingefahren und er lacht und sagt, ey, ich hab doch keine Ahnung, aber hoffentlich keine Strafe. Ihr Revier ist die Autobahn, ihre Gegner, Spiegelschäden, Fremdsprachen und Gaffer-Tape. Sachschaden vielleicht 150 Euro, aber Einsatz zwei Stunden lang für die Beamten der Autobahnpolizei Hannover. Und eine Katastrophe für den Trucker. Der Ukrainer im Dienste einer polnischen Spedition verliert auf dem Weg von Polen nach Frankreich zwei Stunden. Eine halbe Ewigkeit. Die meisten Trucker auf deutschen Straßen kommen aus Osteuropa. Aber für alle gilt, Zeit ist Geld. Ein Kollege-Kurvor, der mir sagen kann, obwohl der Stau Richtung Süden beginnt. Dankeschön! Richtung Norden so weiter als Sau, bis Göttingen. Ich verstehe bei dem Geräusche kein Wort. Bad Hersfeld da hinten in die Ecke. Aber wir fahren vorher schon runter. Alles safe. Den Stau wollen wir natürlich vermeiden. Wie viele andere auch. Und deswegen wird's auch auf der Landstraße bald ziemlich eng. Was ist denn hier los? Das ist natürlich Kacke jetzt. Weil der Tandemzug, der zweite, siehst du den? Ja, der mit dem Hänger, ja. Genau, der ist sehr weit rüber. Da kommt, wenn das jetzt ein Lkw ist, der da um die Ecke kommt. Der kommt doch gar nicht vorbei. Nee, aber man hilft sich jetzt hier. Kommt da jetzt was? Ich weiß es nicht. Achso, okay. Warte mal. So hilft man sich dann. Super. Der entgegenkommende Lkw wartet, damit alle anderen passieren können. Nice. Das sind Erfahrungen jetzt zum Beispiel, ne? Boah, ist das doch kacke hier. Was ist denn das? Immer in den Kernen begegnet uns, äh... Hey, wir müssen jetzt hier halt in den Gegenverkehr, ne? Damit der Hintern quasi auch, ne, mit rumkommt. Kurve für Kurve kämpfen wir uns über Land und kleine Dörfer. Ausholen, ausholen. Ausholen. Filigrane Arbeit. Kai ist hochkonzentriert. Also wenn viele sagen, ja du fährst doch nur. Es sind genau dieselben, die in Urlaub fahren und nach drei Stunden irgendwelche Yoga-Dehnübungen auf Parkplatz machen, weil das drei Stunden Fahren so anstrengend war. Und wir arbeiten hier 15 Stunden oder fahren 10 Stunden am Stück. Ist halt eine andere Art von Belastung. Das darf man wirklich nicht vergessen. Sind Lkw-Fahrer zu wenig wertgeschätzt? Definitiv. Also wir sind jetzt keine Gefäßchirurgen. Ja, das macht immer Tachelesen. Aber der Trucker bringt dem Gefäßchirurgen sein Skalpell. Jedes Paar Schuhe, jedes Schnitzel, jedes Ersatzteil, alles war irgendwann mal auf einem Lkw. Was wäre also, wenn diese Lkw-Karawane nachts nicht durch dieses Wohngebiet ballern würde? Bei der Bäckerei kriegst du nichts mehr, weil kein Mehl mehr angeliefert wird und so weiter und so fort. Jeder verliert seinen Job, weil die Firma, wo du arbeitest, die was produziert, da wird die Ware nicht abgeholt, geschweige denn Rohstoffe angeliefert und so weiter und so fort. Und das muss man hier oben rein, dass wir für euch auch arbeiten. Und die Sachen, die da hinten drauf sind, die du morgen auch in deinem Laden kaufen möchtest. Und dafür, dass es immer verfügbar ist für jeden, muss nachts hier Radau gefahren werden. Anders geht es nicht. Kostenloser Versand, kostenloser Rückversand. Für uns alles sehr bequem, aber für Kai und seine Kollegen eine ganze Menge Arbeit. Angekommen im Zentrallager. Aufladen. Was genau Kai durch die Gegend fährt, weiß er oft selber nicht. Aber jetzt ist erstmal Pause. Und aber immer gut versorgt, wa? Von der Frau. Stulle ist da. Stulle ist da. Obst ist da. Obst ist da. Obst ist da. Und wenn du willst, hast du noch ein paar Eier. Eier ist da. Und die haben alles. Und den Energiedringer auch noch. Kai hat mir erzählt, dass viele Speditionen und vor allem die Lager, die Fahrer noch für Be- und Entladetätigkeiten missbrauchen. Ausbeutung nannte er das. Mit seiner Firma hat er aber Glück und die Pause hat ihren Namen redlich verdient. Guck mal, da steht er ja immer noch. Alleine. Die haben sich gesagt, komm lass den Kerl stehen. Die auch noch. Die nächste Blaulichtfahrt ohne Fahrtraining. Diesmal zum Thema Rettungsgasse. Genau. Und das ist die glatte 6. Wir fahren zu einer Panne in der Baustelle. Da will ich rein, da will ich rein, da will ich rein, da will ich rein. Aber dort angekommen stellen wir fest, der Fahrer des Transporters rechts im Bild konnte sich noch selbst helfen. Und hat die Autobahn freigemacht. Guten Tag. Guten Tag. Gehören Sie zu dem? Ja. Da läuft alles. Läuft das? Es ist alles veranlasst? Ja. Es kommt einer und bringt mir ein Reserverad. Ich stand da in der Scheiße, bin aber noch rausgefahren. Das ist doch wunderbar. Ja, dachte ich mir auch. Haben Sie gut gemacht. Weniger gut, Fußgänger auf der Autobahn. Die Schicht heute ist ausgesprochen ruhig. Aber das heißt ja nicht, dass nichts zu tun ist. Irgendwas ist ja immer. Die Beamten beobachten den Klassiker. Handy am Steuer. Zack. Und die Strafe folgt auf dem Fuße. Richtig. Für den polnischen Trucker ziemlich bitter. Denn das Bußgeld beläuft sich auf gut ein Zehntel seines Monatsgehalts und wird vom privaten Konto abgebucht. 125 Euro. Ich fände es fairer, Bußgelder nach Einkommen zu staffeln. Aber dass es eine Strafe gibt, finde ich im Sinne der Sicherheit wichtig und richtig. Das Handy am Steuer ist halt wirklich scheiße gefährlich. 40 Tonnen kinetische Energie, Bewegungsenergie, die rasieren alles weg. Eigentlich hat alles mit Sicherheit zu tun, was wir heute gemacht haben. Und deswegen finde ich Autobahn-Polizei-Arbeit echt gut. Und ist halt auch was anderes, glaube ich, für die Beamten, als sich von irgendwelchen Junkies am Hauptbahnhof anspucken zu lassen. Vom Klima her. Autobahn, Beste. Autobahn-Polizei, meine ich. Scheiße. Egal. Ja, man darf aber auch nicht die schlimmen Seiten vergessen. Ja genau, wenn du so zum Unfall kommst oder so. Wenn wir zu irgendeinem Unfall kommen und wenn die Person schon verstorben ist, ist es für uns einfacher, als wenn die Person noch schreit. Das ist wesentlich belastender dann. Unfälle wie dieser hier. Nachts, Landstraße, Disco-Unfall. Zwei vollbesetzte Autos, drei Verkehrstote und fünf Schwerverletzte. Der Ersthelfer am Unfallort war darauf nicht vorbereitet. Leute. Ich werde nie vergessen, wie ich da stand. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft Fuck und Scheiße gesagt. Die von dem Audi S4, das Bild, was ihr da seht, die waren sofort tot. Und ich gucke noch auf die beiden und habe vollkommen vergessen, dass da ja noch ein anderes Auto war. Das Mädchen hinten in der Mitte hatte nur monoton gestöhnt. Und das Schlimme war, dass ihre Brille noch in ihrem Auge steckte. Blut überströmt, das waren zu viele Schwerverletzte. Dann ich alleine, alle schreien, rufen um Hilfe und du kannst niemandem helfen. Nicht großartig. Kai, der Lkw-Fahrer, tauscht eben nicht nur den Aufleger. Schon sechs Mal, hat er mir erzählt, war er als Erster am Unfallort. Hat Menschen in seinen Armen sterben sehen. Bei diesem Disco-Unfall flehte ihn eine junge Frau unter Tränen an, dass er sie bitte aus dem Auto rauszieht. Herrlich. Er hat es nicht getan. Aber dafür wenige Wochen später wieder von ihr gehört. Okay, wir können. Und sie wollte mir einfach nur danken, denn wie die Ärzte gesagt haben, hätte der Ersthelfer sie aus dem Auto geholt, wäre sie querschnittsgelähmt gewesen. Das hört sich jetzt an wie im Film, aber das war entspricht der Tatsache und das hat mich wirklich gefreut. Erstmal, dass sie Danke gesagt hat. Wenn man mal so ein Feedback bekommt, ob man wenigstens alles richtig gemacht hat, dann ist das eine tolle Sache. Die Unfalltoten waren übrigens 20 und 19 Jahre jung. Unfallursache, überhöhte Geschwindigkeit vom Audi S4. Deswegen Leute, egal wie viel PS, Safety first. Auch wenn es mal schnell gehen muss. Das geht hier aber zack, 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 ne? Ja, wir haben ein bisschen Zeit einzuholen. Mal gucken. Hallo TomTom. Ich höre. Längst nicht jeder Fahrfehler endet tödlich. Aber viele Standard-Fahrmanöver sorgen immer wieder für Gefahr. Welche Fahrfehler beobachtest du eigentlich am meisten? Also so Gefahrensituationen auf der Autobahn, wo du dich drüber aufregst und denkst, Leute, wie könnt ihr denn nur? Naja, ein ganz großes Phänomen ist, dass vor allem Pkw-Fahrer nicht in der Lage sind, den Beschleunigungsstreifen vernünftig zu benutzen. Wir auch. Auf jeden Fall. Sie sind mehr damit beschäftigt, in den Seitenspiegel zu gucken. Da kommt ein Lkw, okay, okay, aber mal zu beschleunigen. Dafür ist der Streifen da. Der Kollege hier vorne fährt 60 und statt Gas zu geben, tritt er die Bremse. Weil er den Lkw gesehen und Schiss bekommen hat. Ja, vor allem das Geile ist, es gibt ja ein Limit, wie der Lkw fahren kann. Ist ja nicht so, dass du die Geschwindigkeit ab einem bestimmten Punkt, schneller ist der Lkw ja nun mal nicht. Wenn ich dann auf meine eigene Anzeige gucke, weiß ich, okay, nun fahre ich den Lkw weg. Deswegen einfach mal Vollgas geben. Solange ein Lkw fährt, ist alles cool. Aber für Kai und seine Kollegen beginnen die Probleme mit der Pause. Und der Frage, wohin? Deutsche Rastplätze sind voll, viel zu voll. Das sieht im Alltag so aus. Da fass ich nicht durch. Die Suche nach einem Schlafplatz frisst Zeit. Und ist gefährlich. Denn ihr habt bestimmt schon mal einen Lkw vor der Raststätte stehen sehen. Ja, Verzögerungsstreifen ist immerhin noch frei. Ja, Göttingen hier, die räumen wir glaube ich immer auf. Aber hier siehst du ja rechts, guck, der rangiert schon. Da muss er rückwärts wieder raus und ab hier ist jetzt alles zu. Hier soll man ja normalerweise nicht halten, weil das ja vor den Parkbuchten ist. Hier sind aber große Lücken zwischen, also es geht. Normal ist, ach hier, Polizei gerade da machen, siehst du? Die Lkw-Fahrer, die dann auch selber anrufen und sagen, wir kommen gar nicht mehr auf die Autobahn rauf, weil die da halt eben stehen. Natürlich, dann fahren wir da auch hin. Und dann versuchen wir die auch so schnell wie möglich dann da wegzuschicken. Es gibt aber immer Diskussionen, weil die sagen immer, Pausa, Pausa, Pausa. Das macht einen dann schon wirklich manchmal verzweifelnd, weil du schon wegnickst vor Müdigkeit und du findest keine Stelle, wo du mal anhalten kannst und dich mal eine Runde hinlegen kannst. Das muss man sich mal vorstellen. Und das haben wir jeden Tag, diese Probleme. Und die sind ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Ich sag mal locker, wir können hier noch so 1000 Lkw-Parkplätze brauchen. Pro Richtungsfahrbahn. Das wäre dann mal so eine realistische Zahl. Nur für Hannover meinst du jetzt? Nur für die A2 jetzt hier in unserem Bereich. Wenn da nicht jetzt gerade ein Goldhamster wohnt oder was weiß ich, keine Ahnung, dann kann man doch da mal einen Parkplatz hinbauen. Lkw-Fahrer sind die logistische Hauptschlagader Deutschlands und haben trotzdem kaum Lobby und Ansehen. Kai wünscht sich für seine Branche mehr Parkplätze, faires Gehalt und mehr Öffentlichkeitsarbeit, damit die Leute endlich verstehen, wie wichtig Lkw-Fahrer für uns alle sind. Deutschland hat ein Problem mit Lkw-Fahrern und alle anderen Länder, das sagen viele Fernfahrer, sind die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer bei Freundlichkeit beim Kunden und so weiter viel besser als in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, was da falsch läuft. Jeder möchte doch in seinem Job eine Wertschätzung erlangen. Und nicht, dass ich dann höre, der dumme Lkw-Fahrer. Kann ich kotzen, ehrlich. Jetzt geht die Sonne auf, da fahren wir auch in die Richtung gleich. Mit Sonnenaufgang ist Kais Feierabend in Sicht. Der Sonnenuntergang läutet das Schichtende der Autobahnpolizei Hannover ein. Auch hier habe ich gefragt, was würdet ihr euch für eure tägliche Arbeit wünschen? Wenn ihr jetzt politisch was zu sagen hättet, würdet ihr irgendwas ändern, was euch einfallen würde? Ich glaube, das Problem ist, dass schon wirklich sehr, sehr viel gemacht wird. Aber tatsächlich die Grundeinstellung des Menschen nicht stimmt. Da müsste sich irgendwas ändern, dass wir wieder ein Miteinander haben und nicht ein Gegeneinander. Ja. Weil ich sage, wir stellen viele Schilder auf, wir gehen in die Schulen, dort überall wird Erziehung groß geschrieben. Aber solange der Mensch dahinter sitzt und der Mensch diesen Egoismus an den Tag legt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da viel ändern wird. Das beschreibt ja aber eigentlich auch ganz gut den Zustand unserer Gesellschaft, oder? Ja. Genau. Ernüchtert geht der Blinker Richtung Autobahnabfahrt. Zurück zur Wache. Alles klar. Alles Gute noch, ne? Tschüss. Kommt gut und vor allen Dingen sicher nach Hause. Ja, ebenso. Und auch Kai will langsam mal ins Bett. Geschafft. Und die Rampe ist schon drauf. Die haben es eilig, die Jungs. Die Ladung sicher abgegeben. An Rampe 7 endet die Schicht. So wie jeden Morgen um 6 Uhr. Hey Kai. Hallo. Hast du noch ein Schlusswort? Ich hoffe, die Einblicke waren bereichernd und es hat gefallen. Tschüss, danke fürs dabei sein. Jo Leute, das war der Film von der Autobahn. Ihr wisst, wie es läuft. Kommentiert eure Geschichten von der Autobahn. Auf dem Zweitkanal werde ich darauf eingehen. Ansonsten, wenn das Y-Kollektiv eine Band wäre, mache ich jetzt ein Solo-Projekt. Hier ist irgendwo verlinkt mein neuer Channel Einigkeit und Rap und Freiheit. Am 3.10. startet meine erste fiktionale Produktion Das ist Rap. Da wird richtig rasiert. Ansonsten sehen wir uns im Y-Kollektiv wieder. Aber abonniert den Scheiß. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.